Oh, Pilze. Pilze sind immer gut. Mühner, hier. Tintenfische. Wir müssen doch... Ich bin doch nicht blöd. Ich hab doch... Ah, da hinten. Siehst du? Da ist es doch. Ich wollte doch schon sagen, ich bin doch nicht so... Ich bin doch nicht doof. So, und, 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 warte. Zack. Siehst du? Dann können wir direkt mal hier so... ein bisschen was vom Sand mitnehmen. Und dann bei uns anpflanzen. Was heißt anpflanzen? Anpflanzen tun wir es ja nicht, ne? Warum haben wir jetzt hier so viele Karten? Finde ich dumm. Und wir hatten hier die ganze Zeit dabei. Sind wir die ganze Zeit schräge Kartenablocke bei? Wenn ja, dann dürft ihr gerne in den Kommentaren irgendwie euch dazu äußern. Weil ich hab's echt nicht gesehen, ne? Falls wir da jetzt wirklich welche bei hatten, wäre das extremst... Naja. Peinlich? Würde ich jetzt mal behaupten. Ich will immer noch Schafe. Ich brauch ein scheiß Bett. Ich weiß, dass man ein Bett auch aus dem... aus Strings machen kann. Ohne, Mann. Weil ich halt die Wolle brauche, aber... Strings geben nur Spinnen. So, was haben wir denn jetzt hier? Bevor ich hier überhaupt nach Hause laufe, ne? Weil wir wollten ja... Wir wollten... Was wollten wir denn? So, Kartenablocke können wir erstmal weg. Ähm... Zuckerrohr. Ich sag mal Bambus. Wird für mich auch so wie Bambus. So, zack. Und zack. Das Zeug, das wächst ja gut, ne? Jetzt können wir ja immer so die unterste Reihe... Und was ist mit dir hier? Dich können wir eigentlich... mit aufs Dach nehmen. Brauchen wir nicht allzu viel. So. Hatten wir doch noch genügend Kartenablocke dabei, weißt du? Aber... Ich sehe gerade, wir bräuchten was zu futtern. Tut mir leid, du wirst geschaufelt. Denn ich brauche... Fleisch. Voll mit der Spitzhacke auf das arme Hühnchen. Und es will einfach nicht sterben. Was ich auch verstehen kann. Weil... So sollte man sterben wollen. Ist hier schon irgendwas fertig? Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Ich glaube, die wachsen auch nur schneller, wenn man zu Hause ist. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Ja. Hier haben wir wieder nur Baumaterialien, ne? So. Holz, was brauchen wir noch? Sand, den nehmen wir erstmal mit. So, mal gucken, ob wir hier Salat machen können oder so. Das ist Bruce Sapling. Das ist nix mit Salat. Knochenmeer. Was ist das? Herbgarden. Ich will einen Salat machen. Geht auch nicht. Hm. Dann halt nicht. Dann müssen wir halt auf Tierisches zurückgreifen. Oh nein. Was er halt nicht aufgesammelt hat. Scheiße. Einmal hier. Und einmal hier. Hier. Gut. Also es ist echt... Na? Die sind gleich schon wieder am Verrecken. Das ist... Nicht so gut. So, einmal... Komm, hau rein. Bist du... Bist du... Besoffen oder wat? Da geht's noch. Hier hast du drei Blöcke. Mach... Dann gehen wir ein bisschen arbeiten in der Zeit. Es ist halt... Auch hart nervig, wenn du die ganze Zeit so... Hin, her, hin, her... Das... Das macht... Dann schon... Nicht mehr so viel Laune, ne? Wenn du die ganze Zeit dann... Hin und her laufen bist. Also, klar, natürlich schon. Aber... Denkst du ja auch so... Was? Nicht in die Richtung. Danke. Dein Ernst? Ich glaube, ich habe doch zu wenig Blöcke. Nö, habe ich nicht. Wir machen hier so eine schöne Steinfassade. Weiße. Obwohl... Das sieht auch kacke aus. Ja, ja, ich habe es mitgekriegt. Ich habe es... Ja, ist ja gut. Du hast Hunger. Wir wissen es. Alter. Futter halt das Hühnchen. Selbst das Hühnchen gibt nichts mehr. Oh Gott. Was haben wir denn noch? Was könnten wir denn essen? Ein Gurtgarten. Weißt du? Das ist... Damit kannst du halt auch nichts anfangen. Aha. Wir können Möhren... Essen. Essen. So, warte mal. Wir haben ja hier... Wir haben ja hier... Mal für unterwegs. So, zack. Hier rein. Da geht die Truhe wieder. Bevor er hier wieder am Verhungern ist. Wie gesagt, wenn ihr ein paar Shortcuts habt oder so. Ein paar Minecraft Shortcuts. Dann könnt ihr die auch... Könnt ihr die auch ruhig posten. Bin ich euch auch... Das sagt man. Sehr dankbar für, wenn er es tut. So, zack. So. Und dann... Zack und... Zack. Sieht halt auch kacke aus, weil wir jetzt hier das so drum herum gemacht haben, ne? Hm. Weißt du was? Das ist mir egal. Das ist mir vollkommen Wumpe. Ob das jetzt kacke aussieht oder ob das gut aussieht. Das können wir beheben. Das ist ja... Nicht so, als würden wir jetzt sagen... Das muss tausend Prozent so sein. Wenn du das jetzt als Zuschauer sagst... Nee, Nero, das geht so nicht. Das muss so und so. Muss ich dich enttäuschen. Denn... Das geht so. Ähm... Ähm... Willst du... Bitte... Ist das jetzt weggepackt oder ist das ja? Naja, wir werden sehen. Watsum... Was machst du? Es wird schon wieder dunkel, ne? Es wird schon wieder dunkel. Ich merk's schon. Ich merk schon, ich merk schon, ich merk schon. Bist du der Übeltäter? Warum das nicht funktioniert? Kann das? Bestimmt seid ihr die Übeltäter. Du bist auch ein Übeltäter. Mit Sicherheit. So. Oh, please. Der will mich auch verarschen. So. Du erst mal holst. Dann... Weißt du? Faxendicke? Sand, Sand. So. Du? Aha. Und du? So. Dann kannst du nämlich weg. Und... So, warte mal. Schihite, den haben wir nämlich jetzt weggebracht, den Stone. Scheiße. Verdammt. Müssen wir halt... Ja, wie gesagt. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Nimmst du ihn jetzt mit? Nimmst du ihn nicht mit? Weiß ich eigentlich mal, wo ich ihn hingepackt habe. Welcher war das denn? Habe ich aber nicht hier reingeschaut. Der Gravel war das nicht. Also, wir nehmen einfach den Gneiss Cobblestone und tauschen den später aus. Da habe ich jetzt auch keine Böcke, da irgendwie noch Stunden rumzueiern. Um da irgendwie... So, die Bergbank sollten wir auf jeden Fall hinsetzen. So, zack. Und... Ups. So. Und... Komm hier. Zack. Der Diorit, weißt du? Guck mal. Der teuren Diorit da drin verbaut. Anstatt hier so schönen Cobblestone reinzupacken. So, dann schön Holzverdefelungen. So. Sieht doch schon eher nach was aus. Das ist halt jetzt die Frage, wie machen wir das hier, ne? Gehen wir jetzt hin und sagen, wir machen einfach hier zu, oder? Ja, komm, wir machen das da einfach zu. Gar nicht irgendwie groß rumfackeln. Das ist halt mit der Mod, kannst du dich aufhalten, wie du willst. Ja? So. Und du hängst in der Luft? Alles klar. Nice. Richtig geil. Ähm... Okay. Okay.